Beim Kochen geht es mir darum, dass ich nicht einfach nur ein Erlebnis für Geschmacksnerven kreiere, sondern wirklich ein Erlebnis für alle sind. Man kann es nicht nur essen, man schmeckt es, man sieht es, man hört es, man fühlt es. Man fühlt es dadurch, dass man es mit anderen Menschen teilen kann, durch die Emotionen, durch Gespräche, durch Erlebnisse. Es ist so ein richtiges Zusammenkommen und Verbinden von allen Sinnen. Untertitelung. BR 2018 Natur bedeutet mir unglaublich viel, ich glaube, wir Menschen durch die ganze Entwicklung heutzutage entfernen uns ein bisschen von unserem natürlichen Ursprung und wenn man mehr Zeit in der Natur verbringt, dann findet man, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr zu sich selber. Aussen super knusprig, innen schön weich. Ich schneide jetzt gleich mal eine Scheibe weg. Hier sehen Sie, es ist noch ganz warm, innen schön viele Nüsse verteilt auf dem Brot und es schmeckt so fein. Mein Name ist Nadele Masso und herzlich willkommen zu meinem WeMaster Kurs.